Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, herzlich willkommen auf unserem Uptrend Kanal. Mein Name ist Daniel und dieses Video, da haben wir uns echt überlegt, ob wir das bringen oder ob wir einfach sagen, ist halt einfach so. Wo wir jetzt erfahren haben, dass ernsthaft nach dieser Aktion ein neuer Token kommen soll, da haben wir gesagt, okay, also jetzt sorry, das muss raus. Wir haben gewarnt, die ganze Zeit sind beschimpft worden von dem einen oder anderen. Das zeigen wir gleich nochmal. Und im Endeffekt, wir haben recht behalten. Gut, zugegebenerweise, wir dachten, es geht schnell, aber nicht so schnell. Aber gut, auch dazu kommen wir gleich. Was ist bei Cairo Finance passiert? Das schauen wir uns jetzt an. Doch bevor wir rein starten, noch ein kurzes Announcement. Am 24. September sind wir eingeladen als Gastspeaker bei über 2500 Menschen. Also das heißt für dich, du kannst da super netzwerken, du kannst aber auch mit uns Gespräche führen und uns eben nicht nur immer am Bildschirm sehen. Wenn du da Bock drauf hast, dann schau jetzt mal in die Description und sichere dir dein Ticket. Und jetzt, jetzt analysieren wir mal, was bei Cairo denn brachial schief gelaufen ist. Also wo fangen wir als allererstes an? Wir haben uns das White Paper angeschaut und den sogenannten Use Case, den Maximizer. Den haben wir dann mal ordentlich auseinandergenommen, wo wir seitens Founder, Tutankhamun, ha, welch Wortwitz, wir sind ja in Ägypten, und die Founder, die sind natürlich nicht bekannt, wie sollte es denn auch anders sein? Auf jeden Fall haben die das gar nicht nachvollziehen können, warum wir denn da so drauf rumhacken, weil der Maximizer, das war ja nur so ein Benefit. Jo, okay, klar, jeder schreibt ins White Paper ein Benefit rein, also das heißt in anderen Projekten, wenn es da als Benefit zum Pre-Sale zum Beispiel eine Dubai-Reise gibt, dann schreibt man da natürlich die Dubai-Reise rein. Gut, kann man es so stehen lassen, macht halt überhaupt keinen Sinn. Aber gut, wir haben das dann auch mal so ein bisschen beleuchtet, dass einfach die Kosten, die da dahinter stehen, halt nicht so ganz Sinn machen, beziehungsweise nicht Sinn für die Investoren. Dazu teile ich dir jetzt mal den Bildschirm, und wenn du dir das mal anschaust, also du hast ja, wo steht es denn hier, Moment, Moment, Moment. Du hast erstmal eine Slippage, das heißt beim Buy 12% und beim Sell 12%. Und zudem zahlst du nochmal, wenn du in den Pool reingehst, 10% und wenn du rausgehst 10%. Okay, das macht dann ungefähr 42% an Kosten, bis du überhaupt mal auf Null bist. Das an der Stelle würden wir jetzt mal in die Behauptung aufstellen, das hat zum aktuellen Zeitpunkt auch noch keiner erreicht. Ach ja, falls du es noch nicht mitbekommen hast, das Projekt ist eh schon tot. Aber, wie gesagt, schauen wir es uns mal näher an. Das ist so eine Sache, wo wir sagen, kannst du machen, ist halt gut fürs Projekt, weil verkauft wird halt wenig. Das hat man auch am Chart gesehen, aber das war es dann halt auch. Wenn man da jetzt nochmal hochscrollt, dann steht hier ja auch sowas mit Audit. Und das ist so eine Sache, also da wollen wir dich auch mal kurz abholen, so ein Audit. Das ist so ungefähr gleichzusetzen, wie teilweise ein Biosiegel, das irgendwo aufgebracht ist. Man darf halt nicht vergessen, die Auditfirmen, die wollen Geld verdienen. Du kannst dir ein Audit so zwischen 5.000 und 15.000 Dollar kaufen. Jo, also für ein Kryptoprojekt, das Millionen einsammelt, lassen wir jetzt mal so stehen, ob das der Aufwand ist, sich da bei 5.000 bis 10.000 halt mal so ein Ding zu kaufen. Gut, dieses Audit wurde übrigens natürlich nicht abgeschlossen. Und bevor dann quasi das Audit auch abgeschlossen werden konnte, da kam natürlich der berühmte Hackerangriff, weil das ist natürlich, klar, was sonst? Aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt möchte ich dir an der Stelle erstmal zeigen, was wir uns anhören durften. Und dann kannst du dir mal überlegen, was mit diesem Projekt nach einer Laufzeit von sagen und wogen in drei Monaten passiert ist. Und zwar hier mal kurz, also das ist unser Video, was wir veröffentlicht haben, wo wir eben den Maximizer gezeigt haben. Und wenn man hier mal runter geht, ja, ist cool. Also der Erste sagt erstmal hier, wir haben ja ein Interview mit den Foundern geführt und es ist jetzt vielmehr klar, ja, das war schlüssig erklärt, was der Use Case sein sollte. Kam halt leider nur nicht zu tragen. Dann ging es hier weiter. Okay, ein paar, die haben sich auch bedankt. Katastrophales Projekt. Hm, hat einer Weitsicht gehabt. Dann ging es weiter, wo war es denn hier? Love, Cairo, Finance, naja, okay. Kann er sich jetzt zu den Mumien legen? Hier, würde das Video hier runternehmen und ein neues machen? So viel Halbwissen und Unwahrheiten hier, ja, okay. Okay, was soll ich jetzt dazu sagen? Also kaufen kannst du nicht mehr so viel, weil wenn man sich jetzt den Chart anschaut, nun ja, dann ist das eher noch ein Kammerflimmern, wenn man das überhaupt Kammerflimmern nennen kann. Und jetzt wollen wir uns aber hier mal anschauen, wie kam es denn da jetzt eigentlich dazu? Also es gibt ein offizielles Statement, das dann so ausschaut. Und da wurde natürlich gesagt, hier Leute, also ist halt auch heftig, Unicrypt ist gehackt worden und dann wurde da Geld herausgezogen und jo, da wurden dann halt mal so knapp, also 800.000 Cairo, also wir sprechen von knapp einer Million Dollar, die dann natürlich hops gegangen sind. Und das ist halt wirklich scheiße. Also das muss man an der Stelle auch einfach sagen, dass so böse Hacker einfach mal Unicrypt auseinandernehmen und dann kein anderes Projekt außer Cairo natürlich nehmen. Es gibt aber auch Zufälle auf dieser Welt. Aber gut, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal im Detail an. Also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Trin, das Geld ist weg. Es sind insgesamt, das kann man auch hier mal nachschauen, knapp 1.500, knapp 1.600 Investoren geschädigt gewesen. Und das Geile ist, die einzige Aussage, die dann seitens der Founder kommt, ist, hey Leute, es muss natürlich weitergehen. Und dass es weitergeht, machen wir jetzt nicht den Cairo-Token, sondern den Pharao-Token. Wir bleiben ja wenigstens den Pyramiden treu. Naja gut, dann haben wir den Pharao-Token. Und um da wiederum auf Kurs zu kommen, zu dem Cairo-Token, um das Ganze wieder so auf das Volumen zu bringen, bringen wir, festhalten bitte Leute, festhalten, 200.000 Dollar mit ein. Also lasst es bitte nochmal kurz wirken. 200.000 Dollar. Okay, ich weiß zwar nicht, was damit groß bewegt werden soll, aber wahrscheinlich liegt die Vermutung nahe, dass man natürlich darauf pokert, dass die Community da natürlich mitmacht, weil die müssen ja auch noch langfristig ein bisschen Geld verlieren. Nein, Gott, was habe ich gesagt? Die müssen da natürlich auch noch ein bisschen was tun, dass das Ganze dann wieder läuft. Lass mal jetzt einfach mal so stehen. Über was ich jetzt gerade beim Bildschirmteilen hinweggesprungen bin, das möchte ich dir auch mal kurz zeigen. Und zwar, das ist wiederum die Erklärung dazu, wie der Kurs so hoch und wieder runter konnte. Und zwar ist das quasi sinngemäß ein Proxy-Contract, also auf gut Deutsch ein falscher Smart-Contract, der ja im Nachgang einfach verändert werden kann. Ist ja eine tolle Sache. Da hat man ja so quasi vollen Zugriff drauf. Und das Ganze, das lief dann so ab, also du siehst ja auch das Warning, was da hinten dran ist, ist, dass quasi die Wallet den ja quasi komplett Kairo im Wert von 10.000 Dollar gekauft hat, hat dadurch natürlich extrem viele Kairos bekommen. Ja, die Kairos, die sind dann übertragen worden, was natürlich zur Folge hatte, dass dadurch der Kurs, man erinnere sich, was wir jetzt gerade im Chart gezeigt haben, dieses Peak, erst mal nach oben ausgeschlagen hat, um dann wiederum die ganzen Kairos natürlich in BOSD zu tauschen und dann Exodus, Feierabend und wir können uns in Sakrophag neben die Pfarreronen legen. So schnell kann das gehen. Und das sind eben so Sachen, also ich sage gleich dazu, diese Infos, die haben wir uns auch gezogen, weil wir sind vielleicht die Analysten, aber nicht so in der Tiefe drinnen, dass du jetzt sagst, wir können hier Blockchains auslesen etc., aber da lässt sich halt unglaublich viel tricksen, was aber kein Mensch vergessen darf. Wir sprechen hier von einer Blockchain. Herrschaften, eine Blockchain ist auslesbar. Also das Thema predigen wir schon lange auch, was zum Beispiel Steuervergehen betrifft. Falls du da übrigens einen Experten suchst, dann schau mal in die Description, wir haben da auch einen Link dazu, dann kannst du da mal ein kostenfreies Gespräch führen, denn alles, was auf der Blockchain passiert, das bleibt nicht nur auf der Blockchain. Also ja, das bleibt auf der Blockchain, aber wenn es ausgelesen wird, dann schaut das Ganze halt ein bisschen anders aus. Und das ist halt da auch der Fall. Man kann es halt irgendwie so analysieren. Übrigens möchte ich hier noch mal so auf einen kleinen anderen Punkt hinweisen, der vielleicht auch ganz spannend ist. Also ja, das Projekt ist tot, aber nur mal so am Rande. Hier steht No Admins, No Manager. Das heißt, keiner kommt da ran. Das stimmt. Allerdings konnten die Gebühren immer noch angepasst werden. Theoretisch hätte das Projekt sogar so weit gehen können, dass wir einfach sagen, hey, ohne deinen Zugriff, wir burnen halt einfach mal deine Wallet beziehungsweise deine Kairos, die in der Wallet liegen. Cool. So nach dem Motto, hey, wenn du zu viel passives Einkommen hast, na ja, das, wir wollen es ja nicht übertreiben. Das könnte ja noch passieren, dass es verkauft wird. Ja, wie gesagt, zusammenfassend lässt sich sagen, wir haben es gesagt. Das möchte ich an der Stelle einfach mal hinweisen. Wenn du nach ernsthaften Projekten suchst, dann schau einfach bitte bei uns auf den Kanal. Und das ist jetzt keine Eigenwerbung. Wir haben es lange Zeit vorher gesagt, wir haben dir jetzt auch die Beweise geliefert, du darfst dir auch gerne mal die anderen Kommentare noch durchlesen, aber du siehst schlichtweg, wir haben da vielleicht doch so ein bisschen kritische Brille immer auf, die aber den ein oder anderen Investor vor diesem Schaden bewahrt hätte. Es hat auch einige bewahrt, aber leider nicht alle. Man kann auch nicht alle retten, kann man jetzt an der Stelle sagen, aber wenn man da mal so ein bisschen einblickt, ja, wir hätten es auch nicht gedacht eben, dass es so schnell geht, aber leider, leider geht es halt dann auch mal unverhofft. Kommt oft. Aber gut, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen hoch da, abonnier diesen Kanal und aktivier die Glocke, dass du keine wichtigen Infos verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao. Schnitt.